Hallo, willkommen zum Tutorial der VR-Easy-Cloud. Wir zeigen euch jetzt, wie ihr ganz einfach eure eigene Tour erstellen könnt. Als erstes dürftet ihr einen ähnlichen Screen sehen, wie ihr ihn jetzt hier seht. Dies kann sich jedoch ändern, da wir die Software fortlaufend weiterentwickeln. Aber die groben Abläufe und Schritte zur Erstellung einer Tour sollten eigentlich gleich bleiben. Ihr seht hier auf der rechten Seite schon mal eine Vorschau von einer Beispiel-Tour, die ich euch empfehle auch anzuschauen, um Ideen zu bekommen von unseren fantastischen Features. Und es ist auch diese Tour, die ich jetzt nochmal nachbauen werde, Stückchen für Stückchen. Als erstes, um eine neue Tour zu erstellen, klickt ihr dann hier auf die linke Seite und gebt den Namen eurer Tour ein. Ich mache das einfach jetzt mal als Beispiel. Tour, auch nochmal bei Projekttitel, klickt dann auf Speichern, klickt OK und nochmal auf Speichern. Dann gelangt ihr automatisch in den Reiter Panoramen. Wir laden uns jetzt erstmal unsere Panoramen hoch. Panoramen sollten im Verhältnis von 2 zu 1 hochgeladen werden und als JPEG-Format. Ihr habt die Möglichkeit, mehrere Panoramen oder auch einzelne auszuwählen und dann mit Öffnen hochzuladen. Diese Hoch-Ladezeit variiert ein wenig, je nachdem wie gut eure Hoch-Lade-Upload-Rate von eurem Internet-Provider ist und auch wie busy die Server sind. Und empfehlenswert, um eine gute Auflösung zu garantieren, sind eine Pixelzahl von 10.000 in der Weite und 5.000 in der Höhe. Aber wie gesagt, ganz wichtig ist das 2 zu 1 Verhältnis. Das ist das 3 zu 1.000 in der Höhe.